So Pyrus, herzlich willkommen zum Test der Glittering Palms Ballerie von Funke natürlich. Wieder 19 Schisser, 475 Gramm NEM. Haben glaube ich alle 19 Schisser von Funke. Auf jeden Fall ordentlich was drin im Teilen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch schön groß. Und würde sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Test. Und wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wieder ein richtig geiles Teil. Bis zum nächsten Mal.